Ja, Hallihallo ihr Lieben. Heute habe ich mal ein Thema, was ich persönlich überhaupt nicht als spannend empfunden habe. Bis zu dem Moment, als ich der lieben Reni davon erzählt habe und sie meinte, boah Coco, du musst davon ein Video machen, das finden die YouTuber bestimmt alle total spannend. Naja, zumindest die YouTuber, die zur Beauty-Szene gehören. Für alle anderen heißt es dann vielleicht jetzt wegschalten. Ähm, und zwar gibt es doch die Tradition der Favoriten-Videos. Also das heißt, ihr testet oder benutzt eure Produkte einen Monat lang und dann guckt ihr, was habt ihr total geliebt und ja, macht das dann. Und das machen ja wirklich total viele YouTuber und ich habe das bisher noch nie gemacht. Und ich kann euch jetzt auch mal sagen, warum. Ich besitze überhaupt keine Favoriten oder keine Liebhaber, wie sie ja dann auch schon mal heißen. Äh, ja, habe ich nicht. Weil ich wirklich so, so, so viele unterschiedliche Sachen immer benutze. Ähm, das fängt, ja gut, ich könnte sagen, Urban Decay Primer Potion, das ist mein Favorite. Aber das wäre ziemlich langweilig. Dann würde ich jeden Monat sagen, so mein Monatsfavorit Urban Decay Primer Potion und dann wäre das Video zu Ende. Das ist ein bisschen sinnlos. Denkt ihr nicht auch? Weil, äh, wenn das dann mit dem Lidschatten schon anfängt, ja, äh, dann habe ich den einen Monat, was weiß ich, dann, dann habe ich was neu. Dann habe ich mir vielleicht ein, 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 von Mecken Mineral-Lidschatten gekauft jetzt oder was. Oder ein Mineral-Rouge. Oder, ähm, dann mache ich am nächsten Tag, denke ich, ach, hier, machst du da so eine Sleek-Palette oder dann hier so ein NYX-Pigment oder, äh, bla, ne, halt tausend Sachen. Und, gut, die Mascara, die ist dann auch immer die gleiche, weil man sie einfach wirklich immer benutzt. Aber, naja, gut, dann hätte man schon zwei Favoriten, UDPP und Mascara. Aber das ist ja auch total uninteressant, wenn das dann jeden Monat das Gleiche ist, oder? Also, ich bewundere wirklich, wirklich von tiefstem Herzen all diejenigen von euch, die Lust haben, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und dann da auch so begeistert von sind. Weil, äh, das ist irgendwie überhaupt nicht meins, ja? Und, und wenn man jetzt dann sagt, okay, ich habe jetzt dieses Rouge zum Beispiel, äh, den ganzen Monat benutzt, das ist mir persönlich dann zu langweilig. Weil ich teste immer total viel rum in dem Sinne, dass ich viele Farben zusammenpacke. Ich weiß, dass das des Öfteren bei einigen von euch Augenkrebs hervorruft, aber kann ich auch nicht ändern, ja? Das ist halt, äh, mein Geschmack. Äh, der wird auch weiter so gemacht. Also, insofern, wenn ich dann wirklich mal sage, boah, das ist geil und ich meine, gut, ich greife dann auch mal daneben, will ich ja auch nicht sagen. Aber ich probiere halt immer wieder unterschiedliche Lipglosse, immer wieder unterschiedliche Lippenstifte. Also, wenn ich einen Lippenstift viermal im Monat benutze, dann ist das schon viel für mich, weil ich meistens wirklich durchrotiere. Ich könnte ja eine neue Videokategorie schaffen, irgendwie mal eine Monatsrotation oder so. Dann schreibe ich mir das am ersten auf und dann bis zum dreißigsten und dann habe ich so eine Liste. Aber es geht doch, glaube ich, bei diesen Favoritenvideos darum, dass andere Leute sehen, welche Produkte sind so gut, dass man selber sie immer wieder benutzt, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Gut, also, das gibt es bei mir nicht. Und ich frage mich jetzt, bin ich die Einzige, weil ich das Gefühl habe, dass alle anderen immer Monatsfavoritenvideos machen? Ich gucke die Videos auch. Also, ist das nicht. Ich finde das Thema an sich total spannend. Aber ich habe total das Gefühl, dass ich da nichts zu sagen kann. Also, jetzt mal ein Aufruf an all diejenigen, die Monatsfavoritenvideos machen. Wenn ihr sagt, das ist ein Monatsfavorit, wie oft habt ihr das denn dann genau benutzt? Drei Mal? Oder zehn Mal? Oder jeden Tag? Also, ich finde das ganze Thema total spannend. Und das lässt mir auch irgendwie überhaupt keine Ruhe. Also, das wäre total super, wenn die YouTuber, die regelmäßig Monatsfavoritenvideos machen, mir das da mal reinschreiben können, damit ich da mal so einen Überblick bekomme. Weil, vielleicht habe ich ja einfach eine ganz andere, wie soll man sagen, eine andere Schwelle und denke, ein Produkt ist nur geliebt, wenn man es 30 Mal benutzt. Und ihr sagt, ach nö, ich benutze es nur zweimal und dann ist das für mich schon ein Favorit. Weil dann könnte ich auch Favoritenvideos machen. Nicht, dass ich es unbedingt müsste, also verstehe ich mich da nicht falsch. Aber eigentlich ist das jetzt auch totaler Quatsch, was ich hier rede. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob euch das interessiert hat. Ich habe das auch nur gemacht, weil Reni gesagt hat, dass das spannend ist und ihr das wissen wollt. Und wehe, Reni, wenn ich jetzt schass Kommentare unter diesem Video habe, ja, dass sie das alle total langweilig finden, was ich hier für ein Schrott labere, bist du schuld. So, ich hoffe, du kannst dann mit dieser Bürde leben. In diesem Sinne bin ich auch schon fertig und bin total gespannt. Was, was ihr da so zu denkt. Okay, das war's. Ciao, ciao. Eure Coco.